Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend, nehmt euch eine heiße Tasse Tee, lehnt euch zurück und... Lasst uns heute mal ausnahmsweise über die M-Plus-Affixe der zweiten Season in Dragonflight sprechen. Vier Affixe verlassen uns ab dem 9. bzw. 10. Mai, sobald die nächste Season beginnt. Der vierte und somit der Season Affixe, der immer wieder mit dem momentanen Raid zusammenhängt, fällt weg. Sonst können wir uns nun ab nächster Woche von Vulkane schrecklich und bebend verabschieden. Mit Affleckte taucht ein Geist auf, bei dem wir 10 Sekunden lang Zeit haben, diesen entweder zu D-Spellen oder hochzuheilen. Sollten wir das nicht innerhalb der angegebenen Zeit schaffen, erhalten wir für 10 Sekunden einen Debuff, der unser Tempo zu 100% verlangsamt. Dabei haben wir drei Möglichkeiten, was bei dem Geist dispelt werden muss. Entweder Fluch, Gift oder Krankheit. Sofern man das bei manchen Klassen als DD-Spec geskillt hat, kann man den Heiler auch unterstützen. Magier, Schamanen oder Druiden können mit in Fluchen, Priester, Paladine und Monks können Gifte läutern und Druiden und ein paar andere Klassen können Krankheiten entfernen. Bei Tangling erhalten wir, ähnlich wie bei Wucherwurzeln, einen Debuff, bei dem sich unsere Geschwindigkeit um 50% verringert. Wir haben 8 Sekunden lang Zeit, uns 10 Meter von seinem Ausgangspunkt zu entfernen, sonst werden wir für 3 Sekunden gestunt. Dabei hat man mehrere Möglichkeiten aus diesem Bereich zu entfliehen, beispielsweise der heldenhafte Sprung vom Krieger, der Glaubenssprung vom Priester oder auch andere kleine Fähigkeiten, mit denen unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöht wird. Schwierig werden könnte es in Bosskämpfen oder insbesondere dann, wenn man nicht schnell genug aus Flächen herauskommt, in denen man vielleicht nicht unbedingt stehen bleiben sollte. In Corporeal ist ein weiterer Geist, der für 20 Sekunden erscheint. Sollte man diesen nicht innerhalb eines 8 Sekunden langen KSC 10, also 4en, Stunnen, Desorientieren oder auch beispielsweise Eis fallen, dann wird die erhaltene Heilung sowie der ausgeteilte Schaden um 50% für 10 Sekunden verringert. Diesen Debuff kann man aber auch mit Art of Sign umgehen, sollte man nicht genug Stunz bzw. Unterbrechungen dabei haben. In Corporeal tauchen dabei wie Explosives auf, je mehr Trash dabei steht, desto mehr auch von den Incorporeals. Bei fast allen weiteren uns bereits bekannten Affixen gibt es nun mit dem Start der neuen Season auch eine kleine Veränderung. Bei Bosshaft machen die Geister nun 10% weniger Nahkampfschaden und skalieren nicht weiter ab Stufe 20. Mit dem Affixiten macht der Mob nun, sobald er unter 30% Leben fällt, keinen zusätzlichen Schaden mehr und unsere CCs sind ab sofort wirkungslos, auch wenn wir diesen weiterhin per Cast unterbrechen können. Wie gewohnt können unsere Druinen und Tante aber diesen Wut-Effekt herunternehmen. Ein Stacheln verstärkt die Mops bei gefallenen Kameraden nur noch den Schaden, statt wie zuvor den Schaden und das Leben. Blutend hinterlässt immer noch blutige Lachen hinter sich, doch diese dauern nur noch 12 statt 20 Sekunden lang an. Den nervigen Affix-Explosives gibt es zwar immer noch, aber zumindest wurde hier die Anzahl die spawnen können glücklicherweise reduziert. Mit dem Entfallen des vierten und saisonalen Affixes haben wir dementsprechend eine neue Aufteilung, ab wann die restlichen Affixe hinzukommen. Ab Stufe 2 begrüßen wir wie gewohnt entweder tyrannisch oder verstärkt, also entweder sind die Bosse oder der Trash-Stärker. Ab Stufe 7 können wir die drei neuen Affixe begrüßen, sowie stürmisch oder Explosives. Und ab Stufe 14 gibt es boshaft, wütend, anstachelnd, blutend oder platzend. Das Mount für den Keystone Master erhalten wir diese Season wie gewohnt auch ab einer Wertung von 2000. Damit vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns wie gewohnt im nächsten Video. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Aus Lanka